41 cm großer zweigestepter Dalichi Kuchaku aus der Linie Maruhiro Omusaku Kuchaku Eigentlich ein schöner Körperbau, schöner metallischer Anteil Mehr Hariwake als Kuchaku Wir haben hier eher so ein bisschen Kuchaku-Hannis drauf Ganz leicht Von Gestalt, Brückenflosse ausgespart, Schwanzflosse, Brustflossen Und alles ist mit einer dicken, fetten, metallischen Schicht überdeckt Ein sehr, sehr cooler Fisch durchaus Untergebracht bis zum Versand GT7